Von wegen nur fürs Grobe. Dass man mit einem Bagger auch feinfühlig sein kann, beweist dieser Mann. Mit seiner Baggerschaufel schafft er es drei Bierflaschen übereinander zu stapeln. Als wäre das noch nicht genug, gibt der Mann eine kleine Zugabe, indem er den Flaschenturm auch wieder abbaut, ohne dabei eine Flasche zum Fall zu bringen. Und da soll noch mal einer sagen, Männer vom Bau haben kein Gefühl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.